Willkommen zurück. In dieser Lektion werden wir uns nun mit dem sehr wichtigen Zusammenhang zwischen Risiko einer Anlage und der Rendite oder der erwarteten Rendite einer Anlage beschäftigen. Ich habe das zuvor schon angetönt, gesagt, ja, Zinsanlagen haben etwas weniger Risiko, dafür auch etwas weniger erwartete Rendite im Vergleich zu Aktien, die mehr Risiken aufweisen, aber auch mehr Renditemöglichkeiten bieten. Diesen Zusammenhang wollen wir uns jetzt nun etwas näher anschauen. Das heisst, wir wollen uns auch anschauen, was ist eine Rendite und was heisst eigentlich Risiko bei Wertpapieren. Zunächst wollen wir den wichtigsten Zusammenhang hier nochmals etwas aufzeigen. Das heisst, wenn ich mehr Rendite will, dann muss ich mehr Risiken eingehen. Und das ist für Sie als Anleger ganz ein zentraler Zusammenhang. Das heisst, Sie werden, wenn Ihnen jemand verspricht, ja, das ist sehr viel Renditemöglichkeiten, aber ganz ein kleines Risiko, dann müssen Sie hellhörig sein und sagen, ja, es kann nicht sein. Wenn Sie mehr Rendite wollen, müssen Sie auch mehr Risiken eingehen. Schauen wir uns nun diese beiden Begriffe etwas genauer an. Also schauen wir uns an, was ist eine Rendite und was ist das Risiko. Starten wir mit der Rendite. Die Rendite, das ist der relative Ertrag einer Kapitalanlage. Also wenn Sie eine Aktie kaufen, dann können Sie nach einem Jahr feststellen, ja, die Aktie ist gestiegen oder gesunken und Sie wollen dann das auch messen können. Sprich, die Rendite errechnet sich aus dem jährlichen Ertrag, dividiert durch das eingesetzte Kapital. Also Sie schauen, was haben Sie eigentlich gewonnen und vergleichen das mit dem, was Sie zu Beginn des Jahres oder vor zehn Jahren an Kapital eingesetzt haben. Das heisst, was haben Sie für diese Aktie bezahlt. Renditen werden immer in Prozenten angegeben. Also eben, es ist die relative, eine relative Vergleichszahl und deshalb haben wir auch dann eigentlich die Einheit Prozente. Bei Wertpapieren ergibt sich die Rendite aus dem Verhältnis von Ertrag. Bei Aktien sind das Dividenden plus Kursgewinne oder Verluste. Bei Zinsanlagen sind das der Zins plus Kursgewinne oder Verluste. Im Vergleich zum Börsenkurs, zu dem Sie dieses Wertpapier oder diese Anlage gekauft haben. Damit Sie sich ein Bild machen können, wie wir diese Rendite berechnen, möchte ich mit Ihnen ein Beispiel durchrechnen. Und zwar kaufen Sie diese Aktie für 100 Schweizer Franken. Also wir haben im ersten Schritt Kaufaktien heute für 100 Franken. Und jetzt behalten Sie diese Aktie und während dieses Jahres oder während des nächsten Jahres erhalten Sie eine Dividende auf diese Aktien von 10 Franken. Das ist Ihr Ertrag aus Ihrer Aktienanlage. Nach einem Jahr beschliessen Sie, diese Aktie passt nicht mehr in Ihrem Portfolio. Das heisst, Sie verkaufen diese Aktie. Und die Aktie hat natürlich jetzt eine Kursveränderung vorgenommen. Also Sie verkaufen diese Aktien in einem Jahr. Und zwar ist der Wert dieser Aktien nicht mehr 100, also nicht mehr Ihr Einstandspreis, sondern 120 Franken. Also wir haben jetzt zwei Komponenten. Einerseits haben Sie einen Kursgewinn gemacht von 20 Franken. Das sehen Sie hier. Oder Sie haben sie für 120 können Sie verkaufen. Für 100 haben Sie sie gekauft. Das heisst, Sie haben einen Kursgewinn gemacht von 20 Franken. Plus Sie haben noch einen Ertrag aus der Dividende von 10 Franken. Wenn wir jetzt nun die Rendite berechnen, setzen wir also Ihren Erfolg oder Ihren Ertrag ins Verhältnis zu Ihrem eingesetzten Kapital. Was haben wir für einen Ertrag? Wir haben 10 Franken Ertrag durch die Dividende und 20 Franken Kursgewinne. Weil Sie die Aktie zu 20 Franken mehr verkaufen konnten, wie zu dem Preis, was Sie sie eingekauft haben. Was haben Sie eingesetzt? Sie haben 100 Franken eingesetzt. Das ist sozusagen Ihr Einstandspreis oder Ihr eingesetztes Kapital. Und meine Rendite beträgt daher 0,3 beziehungsweise, weil wir sie ja immer im Prozent angeben, 30%. Und das wäre ein sehr einfaches Beispiel, das Ihnen illustrieren sollte, wie man Renditen von Wertpapieren berechnet. Schauen wir uns den zweiten Begriff etwas genauer an. Das Risiko. Diese Paare können Sie nicht trennen, wenn Sie von Anlagen sprechen. Sie müssen immer überlegen, was ist die Rendite und was ist das Risiko. Was ist Risiko? Wie definieren wir Risiko in der Finance? Risiko ist die Abweichung des tatsächlichen Wertes vom erwarteten Wert. Also wenn Sie jetzt erwartet hätten, die Aktie steigt auf 140, sie ist aber nur auf 120 gestiegen, haben Sie Ihren erwarteten Wert nicht erreicht. Und je stärker so diese Streuung ist um diesen erwarteten Wert, desto höher ist Ihr Risiko, dass Sie eben nicht das erhalten, was Sie erwartet haben. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich zeige Ihnen diese Grafik und ich erkläre Ihnen zunächst mal, wie diese Grafik aufgebaut ist. Sie sehen in Dunkelblau die wöchentlichen Renditen von ABB und in Hellblau die wöchentlichen Renditen von Novartis. Und dann haben Sie auf der Y-Achse die Häufigkeit, also wie häufig diese Renditen vorgekommen sind, abgetragen und auf der X-Achse die wöchentlichen Renditen. Wir sind hier beim Nullrendite und dann gibt es wöchentlichen Renditen, beispielsweise von 6% oder von 30% oder halt auch negativ von minus 30%. Und dann ist man hingegangen, hat geschaut, wie war das in der Vergangenheit und hat gezählt, wie häufig ist so eine Rendite vorgekommen von 0%, beispielsweise bei ABB, waren circa 80 Mal oder auch von Novartis, das waren knapp 150 Mal, war die Rendite um 0 herum. Welche Aktie hat jetzt ein höheres Risiko? Das ist jetzt die Frage, die wir uns beim Anlegen stellen. Und wenn Sie sich die Grafik anschauen, sehen Sie, dass die hellblauen Balken, die sind sehr nah im Zentrum. Die sind näher sozusagen bei der erwarteten Rendite. Die dunkelblauen Balken, die sie streuen, viel stärker. Das heisst, wir haben stärkere Abweichungen von den tatsächlichen Grössen, die wir hier sehen, von meiner erwarteten Rendite. Also die dunkelblaue Aktie, die ABB, die streut stärker um den erwarteten Wert als die hellblaue Aktie, die Novartis. Und in der Fachsprache würde das jetzt nun bedeuten, dass wir sagen, ja die ABB hat ein höheres Risiko als die Novartis. Und das wäre ein Beispiel dafür, wie man Risiko aufzeigen kann. Klar kann man dieses Risiko auch messen. Es muss nicht sein, dass wir das nur grafisch machen, sondern man kann das auch berechnen. Und hierfür verwenden wir die sogenannte Standardabweichung. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz aufzeigen, was die Standardabweichung bedeutet. Wir werden es nicht durchrechnen, aber ich möchte Ihnen so eine Intuition geben, was bedeutet Standardabweichung. Die Standardabweichung oder auch Volatilität genannt in der Anlagesprache, da messe ich, wie stark eben diese tatsächlichen Renditen von meiner erwarteten oder von meiner Durchschnittsrendite abweichen. Also die Standardabweichung misst die durchschnittliche Abweichung von den Datenpunkten, das wären Renditen, von dem Mittelwert, also dem Durchschnitt aller Renditen. Was wichtig ist, wir berücksichtigen in der Finance sehr häufig positive und negative Abweichungen. Also nicht nur die Abweichung gegen unten, die man ja als Risiko verstehen könnte, sondern es werden auch Abweichungen gegen oben gemessen. Grundsätzlich gilt, wenn man das berechnet, je höher die Standardabweichung, desto höher ist das Risiko. Also wenn Sie zwei Aktien haben, beispielsweise eben Novartis mit 15% Standardabweichung oder ABB mit 25% Standardabweichung, dann kann man sagen, dass die ABB eben stärker streut um ihren Mittelwert und somit das höhere Risiko für einen Anleger aufweist. Das würde dann bedeuten für den Anleger, dass er von der ABB-Aktie mehr Rendite erwartet, weil er ja mehr Risiko eingeht, als von der Novartis, die etwas ein tieferes Risiko hat. Bei Aktienkursen nennt man eben diese Standardabweichung Volatilität und das ist so der Fachbegriff für, wie stark streuen eigentlich diese Aktien um den Mittelwert oder wie stark bewegen sich die Aktienkurse oder die Aktien. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.